Ich habe auch zwischendurch mal überall ein bisschen Licht gemacht. Ja, ich habe es gesehen. Hast du sehr schön gemacht. So, hast du die Kohle hier irgendwo in den Ofen getan, oder so? Noch nicht. Oh Gott. Ich kann schon wieder einen Blattstein machen. Echt? Von denen habe ich noch einen Knopf. Knopf hier ist. So, vier Puck, na drei Puck. Schon mal. Ich habe auch noch zwei Kappen. Was suchst du denn? Ich habe dir die Dinger da auf den Boden geschmissen. Ja, ich habe es gesehen. Ein Ultraball. Ich finde das war einer zu viel. Meine Buckewelle noch. Ich habe noch ein bisschen Papier machen. Oh, wir haben noch acht Leder. Mache ich noch mal ein paar Bücher. Drei, vier, fünf, sechs. Ne. Eins, zwei. Scheiße. Bullshit. Scheiße oder Bullshit? Scheiße Bullshit. Bullshit ist nur Bullshit. Ich habe kein Holz mehr, glaube ich. Ich habe das alles in Steps und Leitern umgewandelt. Na, komm schon. Haben wir hier Timmer-Mod drin? Nein. Oh, nö. Ich doch. Auf Bado. Jetzt muss ich alles wieder selber abholzen. Mann. Eigentlich nichts für. Doch. Kannst du wohl. Ja, ich könnte den Mod installieren, aber ich weiß nicht, ob das geht. Doch, bestimmt geht das, aber... Warum sollte das auch nicht gehen? Na ja. Na ja. Sind sie denn jetzt da? Eins, zwei. Oh. Äh, zwei, ja. So. Zack. Noch zwei Bücherregale. Huch. Huch. So. Moment. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. So, mal gucken. Ich komme eben auf das Bild. Was haben wir denn noch so für Farben? Sag mal schnell an. Was für Farben, wobei, was, wie, was, wer? Aprikos. Draußen? Nein, äh, gerade da. Wo sind die denn da irgendwo, ne? Ja. Wir haben noch weiße, grüne, gelbe, pinke, blaue. Mhm. Mhm. Sollen wir uns einen Tauchball machen? Äh, weiß ich nicht. Ich... Moment, die sind schon gekocht. Mhm. Ich muss noch eben was kochen hier. Also ich würde entweder einen Tauchball machen oder einen, äh, Duskball. Ich komme mal eben draußen, was wir hier noch so haben. Wir haben noch pink. Pink, schwarz, gelb, 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 gelb. Ganz viel gelb. Oder wir machen einen Levelball aus. Schwarz. Schwarz, rot, gold. Pink. Grün. Grün, gelb. Grün, schwarz, schwarz, rot. Ja, alles mit und brennen. So. Was ist denn hier drin? Wir sind gar nichts. Okay, dann kommen da jetzt Schwarte rein. Komm hier gelbe rein. Da grüne. Und, äh, pink. Die eine blaue, die ich hier noch hab, die scheiße, die ist geguckt. Jetzt hätt ich die jetzt angepflanzt. Ja, auch mein Gott. Grüne, Lone. Pink, grün, gelb, schwarz. Ach, ich hab nur Steaks, wenn du willst. Was hast du? Steaks. Äh, ja. Ich hab zwar noch Melonen, aber... Ja, ich hab auch grad ein paar Melonen. Wir haben keine Kohle in der roten. In der roten? Die rote ist das schon gar nicht mehr. Ich hab die schon in einen anderen Ofen gelegt. Weil ich nicht noch eine Kohle anbrechen wollte dafür. Na gut, ist richtig so. So. Dann legen wir mal, äh, schwarz, rot. Gold. Zwei Level bald ist. Was sehen die denn aus? So. Uh. Kannst du gerne draufhauen, wenn du willst. Der ist cool. Das halt für hohe Level, denke ich mal. Der ist jetzt nicht schon wieder im Ernst darunter gefallen. Ich hab ein, ich hab ein. Ich dachte grad schon, wie geil. Huh, ist das spannend. Was kann ich denn jetzt hier schon für ein Level machen? Level. Level 13. Ich will aber Level 30. Dann ne richtig coole Verzauberung auf die Spitzsacke. Ja, das wär cool. Aber dafür muss ich erstmal Level 30 kommen. Ja. Ähm. Wir müssen ein bisschen Kohle suchen. Das wär vielleicht ganz praktisch, oder? Kohle suchen? Dann können wir theoretisch auch eben hier runtergehen. Da ist bestimmt noch irgendwo Kohle. Ja, dann mal ein Tuch. Ui. In Wasser ist man ein bisschen schneller. Ich glaub auch. Ja, das ist so. Du holst ein bisschen auf. Aber nicht viel. Ich bin aber schon unten. Äh. Schwimm. Hier ist bestimmt irgendwo noch Kohle. Hier ist schon Kohle. Sehr gut. Aber so ein bisschen Kohle wär gar nicht schlecht. Komisches Rühlen-Geräusch. Und Eisen haben wir auch noch. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht allzu viel. Da haben wir ja noch anderthalb Stacks, glaub ich, mindestens. Ja, es sind, glaub ich, sogar dreieinhalb. Aber wenn's schon hier liegt, dann kann man's ja auch eh mitnehmen, ne? Ja. Ist hier noch nix? Hier ist wieder diese blöde Höhle. Hier ist noch Kohle. Ich hab einen halben Stack. Über einen halben Stack jetzt gerade schon. Ja, hier unten ist auch noch ne ganze Menge. Wir nehmen die Kohle ja nie mit. Bist du denn jetzt reingelaufen? Ich bin einfach nur rechts und dann, äh, also von dem Sandblock aus rechts. Wie viel hab ich denn jetzt? 47. Reicht eigentlich vorerst wieder. Ja, das war's schon. Das war ne kleine, äh, sehr, sehr schnelle Runde. So schnell sind sie nie. Das ist eine Folge. Das schneide ich in einer Folge. Ja, die Höhlen-Tour in einer Folge? Ja. Okay. Macht Sinn. Äh, Kohle. Ähm, was weiß. Machen wir mal da rein. Ja, direkt in den Ofen einfach. Eisenbarren. Ja, macht das. Ich hab hier noch ein bisschen was reingelegt. Ne, wir haben doch nur noch zwei Stacks Eisen. Nur noch. Nur. Ganz viel Redstone, bisschen Obsidian. Haben wir denn jetzt für beide Pokéball, Hyperball, Levelball, Heavyball. Was ist denn ein Heavyball? Ich denk mal für schwere Pokémon. Achso. Und Premierball. Und Knopf. Ich hätte trotzdem jetzt gerne irgendwas, ne schöne Verzauberung hier. Aber das geht ja noch nicht. Nein, leider nicht. Wie sieht das denn aus? Wollen wir mal in der Hölle oder so? Alles aus ist Feldvorteilbar. Richtig. Soll ich mal... Soll ich mal... Was für ein Feuerzeug? Achso. Äh, nee. Sonst brauche ich mal eben eins. Andersrum. Wo bauen wir das denn mal hin? Wollen wir das oben auf unser Dach bauen? Nicht? Okay. Was machen wir denn dann damit? Weiß ich nicht. Bei uns ist das hier direkt vor die Tür. Oh ja, wenn du durchkommst, musst du durchlaufen. Ja. Ein bisschen beknackt, ne? Ja, aber das sollte man doch von uns kennen, oder? Ja. Stimmt wohl. Ähm, ja. Wir können das auch hier unten reinbauen. In diese Höhle. Diesen Höhlen-Dingsens. Können wir auch machen. Ich baue hier jetzt erstmal was drüber, weil sonst falle ich da hundertprozentig irgendwann nochmal rein. Aber da muss man immer so weit latschen, ne? Tief geht's denn hier runter. Sehr tief. Sehr, sehr tief. Ich geh. In die Mine von Moria. Bittadum. Nee, die hieße ich. Achso. Ich mach hier grad den Boden ein bisschen kaputt. Ich seh's. Kann ich gut zielen. So, wo geht's denn jetzt hin hier mit den Portalen? Bestimmt das auch hier in der Öcke. Hier direkt rein oder noch eine? Wir können auch noch eine, komm, was soll das denn? Was soll der Geiz? So. Feuer. Nein. Vielleicht finden wir ja unser anderes Höllenportal wieder. Wir kommen ja. Ja, geil. Ja, geil? Oh, super. Hier ist so ein Ausgucksschlitz. Hallo. Hier ist Neverquartz. Hier geht's auch raus. Nitaquartz. Hier ist auch Nitaquartz. Nita. Und rote Pilze. Bist du denn hingelaufen? Oder? Ich bin einfach andere Richtung raus. Ähm, achso. Hier lehrt das bei mir grad nicht nach. Bei mir ruckelt's auch ein bisschen. Äh, ruckeln geht, ja. Jetzt, wo du's sagst. Das hat immer, oh. Das hat immer so kleine Hacker. Geht's da nicht weiter? Ja, das hat nicht weiter an sich. Ne. Wie gesagt, bei unserem Portal geht's direkt raus. Aber wir können auch hier ein bisschen durchgucken. Ähm, ja, wär ja cool, wenn wir unser anderes Portal wiederfinden würden, ne? Ja. Hätte irgendjemand. Können wir bestimmt. Hier fällt Gravel runter. Hier kommt nochmal Nitaquartz. Hier ist oben. Hier geht's raus. Ähm. So. Da ist Lightstone. Oh, man. Dieser verkackte Seelensand, ne? Mh. Kannst du durchsprinten? Mh. Du gehst, äh, unten. Ich, äh, und sammle jetzt die Kacke da ein. Ich mach das Feuer eben erst ein bisschen auf. Sternthaler Janosch. Ich halte mein Rock nach oben. Du mit deinem Rock, ey. Krieg ich den noch? Ja. Den auch noch? Jööö. So. Das war's. Und auf einmal ist es du und du. Wir können wieder gehen. Ja. Wollen wir nicht nochmal kurz hier uns umgucken? Du magst den Nether irgendwie, ne? Mh. Mh. Ich will da. Ich will mich gar nicht umgucken, weil ich weiß genau, was dann passiert. Mh. So ungefähr. Aber ich nehm noch eben das Quarz da mit. Guck mal eben hier oben rauf. Aber nur so eben gucken. Okay. Da oben ist noch ganz viel Glos Ton. Glühstein. Glühstein. Wo bist du denn hochgelaufen? Wie heißt der auf Deutsch? Leuchtstein? Ähm. Leuchtestein, ja. Leuchtestein. Weiß ich doch nicht, wie der heißt. Keine Ahnung. Wo bist du denn jetzt hochgelaufen? Ja, nur nach oben. Da, wo wir hergekommen sind. Und dann da hoch. Da bin ich. Aber ich seh dich nicht. Ähm. Hey. Ich seh dich gerade auch nicht. Da oben bist du. Rückwärtsgang, andere Richtung. Ja, geradeaus da, wo das Lava von der Decke tropft. Na gut, dann nimm dir raus. Nee, das ist Kong. Achso. Hätten wir in dem anderen wieder rauskommen müssen. Ja, das wäre cool gewesen. Wir wechseln zwischen Dimensionen. So. Dann mache ich mir mal einen Glostein. Ein Glostein. Ein Glostein. Ein Glostein. Ein Glostein. Den brauche ich nicht. Den brauche ich auch nicht. Ein Glostein mit Röhrstor. Gibt eine Röhrstor-Lampe und was bräuchte ich für noch? Glostein. Glüstaub. Sand. Holzessen. Aluminiumplatten und eine Glasplatte. Aluminiumplatten. Haben wir noch Aluminium? Ja. Jetzt wird einfach 5. Jetzt wird einfach 5. Dann hau ich mal eben Aluminiumplatten. Macht das mal. Fühlel, eine kleine L. Äh, wir... Kann das sein, dass man Aluminiumplatten und Pokéball-Dinger gleichzeitig drauf hauen kann? Ja, kann man. Warum? Dann mache ich mir noch so ein paar Untertassen. Ne, weil ich das halt gemerkt habe, dass sich das, ähm, Dingen komplett woanders hinsetzt als die Discs. Discs. Ja, du kannst beides da drauf legen, normalerweise. Dann mach du das mal da drauf und klopp mal den, 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 die Platte, dann kann ich doch das... Ne, kann ich nicht, okay. Ja, ich hab mir ja auch gedacht, weil die sich an verschiedenen Orten... ...hin pflanzen, hätte sein können, dass man... Ja, hab ich auch gedacht, dass das geht, aber anscheinend geht das nicht. Dann müssen wir uns einfach nochmal einen Amboss machen, oder so. Ja, ein bisschen Eisen haben wir ja noch. Ja, kannst du auch machen, wenn du willst. Im Moment ist es ja noch nicht ganz so dringend. Ne. Zack. Wir brauchen erstmal Bücher, Regale. Da musst du noch ein paar, äh, Leder ernten. Ein paar Leder? Ja. Muss ich erstmal Leder finden. Typ, 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 typ. Ich helfe dir gleich versuchen, wenn ich fertig bin. Die müssen ja eigentlich wieder respawnen. Weiß ich nicht. Respawn in drei. Ich hab ein Taubsi gefunden, aber das bringt uns nicht viel, ne? Außer du wirst ein Tauboss. Nö, ich hab schon einen Tauboger. Da ist ein Trainer. Mal gucken, was der für ein Level hat. Level 19. Jetzt hab ich vier, der Rest ist durch die Wand gefallen. Komm. Der hat einen Butterfree. Dann mach ich mal das Butterfree kaputt. Wo ist der Rest denn hin? Wo ist der Rest denn hin? Die liegen da oben. Da brauchst du die denn nicht aufgeblühtet? So, dann brauche ich noch einen Redstone. Aber ich hab auch noch ganz viel. Und noch einen. Und dann brauche ich noch Glas. Oh mein Gott. Ich verkack gerade richtig übel. Hä? Ja. Der hat mich paralysiert und vergiftet und konfusiert und was weiß ich. Oh, ich kann gar nichts mehr. Der macht bei mir gar nichts mehr. Der stirbt einfach gerade nur noch. Und da ist mein Computer. Toll. Super. Okay, so viel geiles hab ich jetzt da nicht drauf, aber... Schaffst du schon gegen den? Ja, ich hab ihn umgelegt. Jetzt kann meins Flammenrad erlernen. Dann mach ich das mal weg. Flammenrad würde ich auf jeden Fall machen. Flammenwiel. Hm, schade. Ich hab verloren. Da ist ein Miltank. Was ist verloren? Ich hab einen Miltank gefunden. Aber ich hab keine Pokémon mehr. Richtig nützlich, dann. Bist du denn hingelaufen? So frag ich mich auch gerade, wo ich bin. Hä? Hier war ich doch vorher gar nicht. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Wo ist denn unsere Hütte? Da hinten? Ja, da hinten ist die. Ich war nur... Äh, 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 äh. Oh, den Käfer-Versammler. Ja, gegen den hab ich gerade gekämpft. Der sieht irgendwie komisch aus. Miltank war rechts von dem. Hm. Ich seh keinen Miltank. um das muss ich nicht schlecht mögen die nämlich dich nicht vielleicht stinkst du auch einfach nur und sohn in ordnung ging was von dir Prozent ha 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 und dann ich sehe kein Milton hier schlimm sehen den Ball Prozent Prozent nun kein bloßes Schimmer Pidgion Prozent ja hallo was wollen wir jetzt machen eigentlich brauchen wir wirklich oder ich würde sagen wir machen jetzt einfach einen Cut und gehen noch mal eben auf Leder suche auf Leder suche wolltest du denen das nicht antun dass wir jetzt hier fünf Stunden lang Leder suchen okay okay dann sehen wir uns in der nächsten Folge oder gleich im Anschluss wieder bis dann richtig genau tschüss bis dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017